das holz behalte ich so das muss es mal dahin die erd die behalten wir auch die erd damit wir bauen uns können hoch irgendwer doch die redstone und drops Mobb, Tops. Mobb, Tops. Mobb, Tops, Mobb, Tops. Mobb, Tops, Mobb, Tops. Ach ja. Hol' ich mir noch hier glatt noch mal so ein bisschen was raus, weil das ist ja kaputt gegangen. Wie viele Scheren hab' ich eigentlich? Das ist... Das ist... Sag' da nix zu, ne? Fehlt da eigentlich nur noch der Hausanbau, ne? Da kommt ja noch ein Haus mit dran, also ich weiß nur nicht, auf der Seite oder auf der anderen Seite soll noch ein Haus mit anbauen. Mit Anbau. Ein Hausanbau mit angrenzen. Ja, muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, ich bin von diesem Dach immer noch nicht so... Ich hätte das als Cobblestone machen sollen. Aber wenn's dunkel wird, die Mechanik kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Das ist immer noch geil. Das ist genau der Gang hier, wenn der Sonnenuntergang kommt, ne? Geil. Aber laufen wir da hinten hin, dann machen wir ein bisschen Sicht. Also, wenn du mal hier nehmt. Das ist immer noch gut. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Wow! Ich glaube, ich werde das Dach nochmal ändern, aber jetzt fürs Erste. Ich glaube, ich ändere das Dach nochmal. Das gefällt mir einfach nicht. Die Spitze sieht irgendwie kacke aus. Fuck. Es ist irgendwie... Ja, ich muss das nochmal ändern. Das mache ich aber mal auf Screen, so. Ja. Nee. Ja. Das gefällt mir einfach nicht, das Dach. Wir ändern das kurz. Komm, wir ändern das Dach kurz. Ich weiß nicht, das gefällt mir einfach nicht. Das sieht irgendwie scheiße aus. Das gefällt mir einfach nicht. 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 Das Dach, das ändern wir nochmal, das ist nämlich alles nicht so der Hit. So, machen wir mal Slaps davon, mal die Hüfen hier ziehen, so. So, machen wir mal. Ich weiß, wir cheaten hier jetzt gerade ein bisschen, aber es ist auch mal erlaubt. Wir haben ja eigentlich alles hingebaut, nur wir bauen ja vorhandenes ab und bauen wieder neues hin oder was anderes hin, weil das alte einfach... Ja, guck mal, jetzt sieht das irgendwie besser aus. Frag mich nicht warum, aber es sieht besser aus. Wie habe ich denn das da gemacht? Da ist es auch so, ne? Weil da geht's komischerweise, das Dach sieht da nicht so ganz kacke aus. Das Dach, das Dach, das Dach. Das Dach, das Dach. Das Dach. Das Dach, das Dach. Ich bin einfach mit diesem Scheißdach nicht zufrieden, ne? Sieht jedes Mal irgendwie doch nicht so geil aus. Egal, was du machst. Ja, so bleibt jetzt. Ich werde jetzt noch eine Fahne oben dran machen, aber... Ja, mit einem Eisenblock. Genau. Wow. Wuhh. Das war's. Was haben wir da eigentlich für eine Flaggenfarbe? Mal kurz gucken. Das war's. 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 Das war's.